Herzlich Willkommen zurück zu einer Woche von GTA mit den ganzen Chaoten, den Dalu, Mabu, der Judy, den Kunwan, Manus, McFly, Nils, Sachse, Liquid Hothor und der Alex ist noch mal. Hallo, 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 ich lasse euch nur, weißt du, mit dem Alter lehrt man, dass man die anderen klein muss, ich hab tausend auf Manus gesetzt, ich hab tausend auf Manus gesetzt, oh das ist geil, ich bin raus, oh nein, oh ich bin raus, ja, ich bin alleine, ach schade, was ist denn hier schon wieder los, ey, das Spiel ist noch neu, Ui, das ist noch mit dem Early Access, ja, ja, Alpha, das ist der Kacke, alleine ist er, das ist der Scheiße am Anfang gebaut haben, kein Rannen kann man sehr, einfach fahren, oh, einfach nur fahren, tut mir leid Manus, das ist aber nicht weh, das ist doch langsam, Entschuldigung, das war nicht, du darfst, jawoll, Juli, was passiert hier, das Auto kann man überhaupt nicht lenken, das war krass, Juli, hau rein, du Penner, du Pferd, ich hab sie bis nach oben gegeben, vorbestes Auto, wer hat das gewählt, Sam, setz doch deine Nuckelpinne da zurück, und dann auch so eine Kurve, wo man überall rausfliegen kann, du bist da drin, 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 du standst im Tunnel, Schleiben, ich brauch hier Vorsichtungsnummer, turchbar, oh, Gott, da ist der gerade nicht mehr gespawnt, ja, ich hab's gemerkt, doch, ey, könnt ihr mal aufhören mit der Scheiße, AELLO, ich rat den, ich rat den, doch hier, Horta, aber das war echt nicht mit Absicht, aber wenn du, Maho, ihr habt da vorne so rumgemacht, ey, da gab's grad ein Zusammenbuch, Die Werbung passt auch aufs Auto, finde ich. Oh, ist das eine Schlichthalle. Alter, die rutscht wie die Hölle. Ja, willkommen, das ist schon die Schlittschuhbahn hier. Ich trau mich gar nicht auf Vollgas zu gehen hier. Max, was machst du? Ich stell mich in die Kurve. Ich wollte jetzt einen Warten sehen, wie man vorbeifährt. Das war ein gutes Auto, danke. Da kommen schon die ersten. Kriss-Kross. Alter. Wie viele Kurven. Wie viele Runden haben wir denn? Fünf. Nein. Eins. Sieben. Ach du Scheiße. Ernsthaft? Fünf? Ja, ja. Drei Runden. Drei. Das Problem ist, auch wenn das Auto steht, dann geht das erst mal. Ja, aber die Einstellungen sind die kleinsten. Ich zumindest mache das. Boah, Alter. Achtung! Oh Gott! Sorry! Ah! Vergiss es! Und ich muss dann drunter leiden. Das war nur die Rache für deine Aktion auf der Map davor. Was? Du hast mich vors Haus geschubst und danach war mein Auto kaputt. Achso. Okay, dann war das beabsichtigt. Nee. Nicht vor Speed-Kurve. Habe ich verstanden. Ach, der hat es gesehen. So, da vorne sind nur noch zwei Bobos. Ich glaube einer ist Kundran und der andere, der Hupt beim um die Kurven fahren und jetzt ist Alex. Das war mir nicht ich. Ich bin der erste. Ich bin der erste. Wer ist der erste? Wer ist der erste? Ich bin der erste. Da, da kommen wir auch runter davon, wo wir gerade gesprungen sind. Ja, aber dann kommst du auch von der anderen Seite, da kriegst du ja deine Checkpoints nicht. Achso. Das ist der andere Weg. Ist doch egal, oder? Nee, wenn du einmal einen aktiviert hast, glaube ich, fährst du die roten. Ich bin der Mutter gefallen vom Looping und dort der anderen Seite. Das hat funktioniert. Okay. Ich glaube es macht keinen Sinn, dass du... Wer ist denn da gerade rausgezogen? Ey, wer war das? Hey, irgendwer stand da auf der Straße. Wer war das? Hast du das gesehen Alex? Ja, ja. Ganz kurz. Da ist einer weggeflogen einfach. Bist du wirklich du gewesen? Nein. Wow. Wir haben das von weiter Windeln gesehen. Ich war das. Also wir waren noch nicht da gewesen. Du warst das schon. Alter. Ich bin halt aus der Kurve. Das ist das Auto, ey. Ja, du... Also... Du bist weggefroren. Oh Leute, du ernsthaft. Ja. Ja. Was denn jetzt? Du warst... Du, der doch gerade gesagt, dass sie das war. Nein, aber du hast gelacht, als sie das... Natürlich hab ich gelacht. Ist ja auch lustig. Sie hat sich das zweite Mal rausgehauen. Alex, was offen ist von? Oh Gott. Oh Gott. Was ist das denn hier? Ich hab dich reingeholt wieder. Wie weit bist du bitte schon weg, Kunran? Ich fahr jetzt gleich durch diese Enge durch. Alter, dieses Auto. Das ist ja schrecklich. Das Auto fällt auf Butter. Ich bin aus. Wir sind gerade zwölf. Aber ich hab gerade eine Fehler gemacht. Warum bist du zwölfter? Oh. Nee, elfter. Knapp, sorry. Nee, mach vorbei. Oh, warum kreuz ich das ganz böse? Manus macht keinen Scheiß. Manus macht keinen Scheiß. Manus will dich rammen. Das hörst du in der Stimme. Ich hab da nichts gemacht. Das hörst du. Ja, das hörst du auch nicht. Ich hab das bis jetzt auch nochmal betont. Wenn nur zu Dalu. Was hab ich denn jetzt getan? Der ist so weit weg schon. Alles. Ich brauch noch irgendeine Versicherungssage. Manus wird da auf Platz 10 gerammt und will mir das in die Schuhe schieben. Die haben mich beim Einparken gestritten. Alter, war aber gar nicht mehr. Ich hab gesprungen. Oh, der war knapp. Der war knapp, oder? Der war knapp. So, wo ist Dalu? Wo ist der wirklich hin? Das ist der Übersetzung. Gleich auf das Ziel geraten. Fast, ey. Fast. Wo bist du denn raus? Wem war das mit dir? Also, ich bin genau jetzt im Ziel. Ich lieg in der Kurve schräg. Achtung. Nein, ich bin doch alleine gefahren. Achtung, Achtung. Ich bin rausgeflogen. Gelbe Flagge. Oh Gott, ich fang raus. Ich bin aus dem Looping gefahren. Ich hatte ein ruhiges Rennen. Das ist jetzt kaputt hier. Wow. Krass. Oh, wer flog mit dein Gegen. Ich hatte einen Lick. Ich hatte einen Lick. Ich hatte einen Lick. Ich hatte einen Lick, Alter. Beste Runde 1. Nein, nein, nein. Haut mal. Ich wollte dir extra nichts tun. Lass mal. Pass auf her. Oder wir sind gut gefahren. Ja, das war voll gut. Was hast du da gemacht? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist da bitte passiert? Der kann auch nur so gewinnen. Das ist der Wahnsinn. Bitte was? Was ist da bitte mit deiner Karre passiert? Das Kollege, wenn ich nicht maximal im Fahrraskill habe, Rutschbill war noch mehr weg als sonst. Dein Radkasten ist dermaßen kaputt, dass du dir gerade deinen eigenen Reifen zerquetscht hast. Boah, ist ja ganz am meisten Tuning, Mann. Das sind Beschleunigungslöcher. Aber du rutschst nicht. Mit der Wagen schon erfährt. Ja. Aber ich brauche gar nicht weiterfahren. Der ist tiefer gelegt. Du bist. Du bist. Fehl's uns da, du wieder. Ich hab mir ein Kombo gemacht und mich da weggeballert. Du hast dich in den Sparen geingestellt. Ja, ja. Das ist geil. Aber halt, ich hab mich da leider so gedreht, weil er mich jetzt nicht getroffen hat. Dann hält's nicht zurück. Ich würde echt mal gerne wissen, wie du darauf kommst. Ich kapier's einfach nicht. Ich finde es sehr gut, dass jeder mal gewinnt. Soll ich mich da wegnehmen oder was? Dann fahr nicht so schnell. Was war deine schnellste Runde, Liquid? Fahr doch nicht so schnell. 1, 4, 2, 6, 7, 4. Man kann schneller sind die schnellste. Man kann schneller sind die schnellste. Ganz knapp. Und 14 war die Endzeit. Also 9 Sekunden schneller sind die. So, wo ist Manus in der Gesamtpunktliste? Ja, der erste ist ja wieder nicht gezählt worden, weil ich rausgeflogen bin. So, der steht da mit 4 Punkten. 19 Punkte hast du. Steht hier. Nein. Bei mir guckst du falsch. Ach stimmt, Manus hat noch mehr Nullen. Oh ja, sorry. Der erste wurde wieder nicht gezählt, weil ich rausgeflogen bin. Sinnlos. Ich hab wieder 0 Punkte. Ich kann mich so erinnern, dass du ihn nicht beendet hast. Was? Der Randy fehlt. Der Randy fehlt. Wunderbar. Randy. Randy, Randy, Randy. Ich will noch einen Schluck trinken. Ja. Gute Idee. Om nom 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 nom. Wo bleibt denn dieser Randy hier? Punkt zu Punkt. Punkt zu Punkt. Das kann ich mir geben. Hä? Ja. Wo ist denn dieser dieser Randy da? Ist wieder einer raus jetzt? Ja, ich bin dabei. Wer ist da raus? Toll, Alex. Ich bin auch raus. Oh nein. Go, go. Einladung ist Alex einladen. 40 Sekunden, Alex. Bin schon dabei. Ich spare mich. Einladung ist raus. Ich trete irgendwas bei. Angst haben sie auch. Aber nicht uns. Klar. Im Schubskreis. Ja. Weil es nur ein Schubskreis ist. Hihihi. 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 Super geschicht. Es geht automatisch los. Hab die Zeit schon verlängert gehabt. Wir nehmen den Proto. Oh yeah. X80 Proto. Da musst du aber schon gleich nach connecten, dass du zuschauen kannst. Ey. Ich hab ein Gap Cloud. Sonnenuntergangsrot. Oh mein Gott. Das hab ich. Na, ich hab das auch ausgewählt. Wow. Partnerlog. WTF? Ich kann nicht mal setzen. Moment, ich bin da. Alleine. Ne, ich bin nicht alleine. Aber wir werden. Ja, meiner ist nicht so. Das ist mir das Gehäuse. Die wollten verloren. Wir haben überall Null angezeigt. Ja, das ist das GTA. Wir werden jetzt chillt. Er fährt zwei Ewigkeiten. Aber nicht schnell. Ich hab Angst, dass ich in der eigene Luft bin. Bei mir ist ein Smart. Ich hab auch Angst, dass ich da alleine bin. Ich seh Fahrer. Ich seh viele Fahrer. Ich hab so'n Kettkarren. Ich muss treten. Ich bin alleine. Ich bin der Letzte. Ich bin der Letzte. Sportlich. Nein. Ich bin der Erste. Dann müssen du geraten uns. Ich bin schon wieder erster. Ich bin alleine. Ich hab Angst und Angst von hinten geraten. Ich mach Platz. Oh, wie alle immer nach links und rechts fahren. Was ist los mit euch? Oh Gott! Ein Fisch oder was? Der Fisch? Der Fisch? Ich hab nur gefunden. Ich werd eigentlich keine... Alter, das fühlt sich gar nicht dran. Crap! Ey, ey, ey. Ab das... Ooooo, oi, oi, oi. Ich will hier nicht dabei sein, Jö. Oio, oi, oi, Leute. Okay, alles klar. Kann man mal machen. Oh lol. Ja, jetzt stehst du auch hier. Hat sich ja gelohnt, ne? Ooooo, oi. Leute! Ich bin mit dabei. Oooo. Ey, ey, was war denn das? Nimm doch die Kurve da richtig. Ich will die eng nehmen. Da kommt die Planke da raus. Das ist schlecht hier. Den hinten an dir. Wow! Ich seh dich! Da ist es richtig eng! Das gefällt nicht! Really? Ich glaub meine Reichen sind krumm. Flieg! Und Action! Oh, mit richtigem Mackes. Einer hat die Plattform aufgetroffen. Gut, dass die so klein ist. Guck mal, guck mal, ich bin am schnellsten. Von Pundern, geh vorbei. Ich hab weder Windschatten noch nicht. Ja, die haben ja auch. Weil der Boost, der stellt einen so ein bisschen quer. So ganz leicht. Von der Rampe ist das gefährlich. Da einmal wieder klar. Wer ist ganz am Schluss? Manus wahrscheinlich. Oh oh, sagst du? Oh oh, sagst du? Nicht ganz. Da muss ich mir Manus jetzt holen. Warte der Mabu, ne? Der gibt keinen Windschatten. Da warst du für ein unwindschnittiges Ding. Was vom 1? Ich hab's bekommen da oben eh nicht. Ich brauch Windschatten von dir, aber du gibst nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich hab vorhin eigentlich nicht abgebaut. Randy! Nur nehmen, kein geben. Oh, Hotter haut Randy raus. Nils haut Hotter raus. Oh, knapp. Entschuldigung. Dalu haut Nils raus. Das ist ein tolles Kreis. Boah. Boah. Hat's dich durchgeschüttelt. Und dann hab. Ich bin halt so, dass das Häkchen Freifass kregen würde. Boah, war krass ey. Alter, schiebst du mich an? Okay, ja gut. Okay, okay. Okay, die... Alles klar, das war's ey. Was, was, warum? Ist ja wohl abzuneckab oder fetzte er kamen. Ja, aber komm, ich hab die einmal gerammt. Das hast du auch. Wir hatten keine Regeln mehr. Ja, wir hätten ein cooles Rennen. Crabz ist auf dem ersten Platz. Was ist da los? Was ist da los? Was? Ja, aber hier am Ende passiert. Maru, aber der hat für mich gedreht. Oh, ich glaub, mein Auto ist hin. Ich glaub, ich muss zurücksetzen. Wir sind aber alle ziemlich nah ab. Das Auto dreht sich gedauert. Warum ist das so tot? Das gibt's Rache. Nein. Alter. Ich hab nichts gemacht. Jetzt mal bremsen. Ja, hm. Alter, hier hinten ist Manus ey. Siehst du denn hier, wie weit du mich zurückgehauen hast? Crabz, einmal die Bremse antippen und es wär alles für ihn okay gewesen. Jetzt hau... Lass dir das nicht gefallen, Crabz. Hau den einfach raus. Nö, ich soll... Der, der da den Chips geben will, ey. Mann! Ja! Das dritte Rennen, was du mit hintereinander kaputt gemacht hast. Wir haben keine Regeln mehr. Wild Wild West-Deals. Und nochmal raus. Kommt schon, trefft euch da vorne nochmal. Los! Trefft euch von hier. Jetzt hör... Jetzt... Ramin Sachse! Ramin! Jetzt noch doch! Huuu! Er ist für zu, er ist für zu. Dankeschön! Er ist mir voll in die Seite. Der arme Maru! Ja, du hast ein bisschen gepiekst es da. Seid ihr schon fertig! Das war... Das war... Ich hab alles geschoben. Oh, hä? Oh, hä? Oh, hä? Oh, hä? Ich hab ein bisschen gepiekst sogar, ja. Oh, Nils ist immer noch nicht im... Oh, Nils ist immer noch nicht im... Oh, nein. Du kommst im Ziel, Juli! Gib Gas! Oh mein Gott, ja! Ich gebe alles, du. Außerdem ist das nur Manus. Komm, Juli! Ich war schon mal hier! An diesem Punkt! Und da wurde ich verkackt! Diesmal kommst du bis ins Ziel! Yeah! Richtig geil! Sogar Manus hat das Rennen beendet! Geil! Leck mich! Oh, gut! Oh Gott! Max, das ging wohl nach hinten los! Nein! Nein! Leider hat Maxi mich rausgekickt! Du bist... Du bist... Du bist... Mega lang geschoben! Da war es vorbei! Hübsche Maske auf jeden Fall! Da war es einfach! Geil, ne? Hübsche Maske! Komm dran! That's the secret! Gutes Rennen! Gutes Rennen! Ja, war super! Ich find das auch geil! Und Liquid ist wieder raus! Was? Nein! Aha! Nein! Bei mir sehe ich in der nächsten Liste, wie alle fortfahren drücken! Was machen wir? Bei mir ist Liquid auch noch... Hier ist ein unknown player! Bei mir ist noch Rennen raus! Aber Liquid wurde gerade ausgegraut gerade! Liquid steht auch als unknown player da! Haha! Ich bin drin! Okay! Wir müssen alle da sein! Ich mein ich hab eh keine Punkte, weil ich ja davor rausgeflogen bin! Geht sofort weiter! Geht sofort weiter! Geht sofort! Geht's aus! Nein! Bis diesmal fehlt noch eine! Achso! Okay! Das war nur Point to Point! Centorno! Ne, waren zwei Runden oder? Ja, bei Point to Point! Point to Point zwei Runden! Wo ist das Ding denn? Unser Z! Das zweite! Ich hab's nicht aufgedreht! Du hast das Rad falsch rumgedreht! Du hast das Rad falsch rumgedreht! Du hast das Rad falsch rumgedreht! Ich hab mir jetzt so sauer! Nein, 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 nein! Nein! Ich glaub alle... Ich glaub alle... Die Ironie von dem Rennen ist mir durchaus bewusst! Ich mach hier keinen Vorwürfe! Ich will nur mal bemerken, dass ich drei Rennen jetzt nicht gewonnen habe wegen Zusammenstöße! Awww! Ne, das eine war dein Auto kaputt! Ne, ich hatte gesagt Stopp! Du hast dich auch von den Vorwürfeplätzen bis nach ganz hinten geschleudert wurde! Ich bin zweimal schon von hier! Aber Nils leg mal deine Mutti wieder in den Schrank holen wir die Eier an! Ja, zweimal! Das ist schon ein paar Mal mehr! Leute, alles cool! Nein! Das hier Krieg, weißt du! In vorder keiner schenkt! Fängt euch alle an! Krieg on the street! Oh mein Gott, dieses Pink! Oh nein! Ich starte als letztes! Das ist okay! Oh nein! Ich starte in der Mitte! Das ist irgendwie... Ich fall direkt rechts vor Ort! Der erste... Dude ist der coolste auf jeden Fall! Boah, warum geht denn der schnellste? Hey! Ich drück auf Gas! Alles klar, Horror! Da kommt direkt wieder jemand am Boden! Wenn ihr euch mal verziehen hier! Ich hab Angst vor Juli! Nein! Ich ramm dich! Ich hab das in Need for Speed gemacht! Der hat einen Abwürzen übernommen! Hey! Sorry Nils! Es war gerade von hinten dich berührt! Manus! Das war auch nicht schumm! Aber das hat mich halt sauber an die Dörer verstanden! Ja, aber ich hab dich ja gerade von hinten berührt! Was ist denn hier? Lass mich Ruhe! Was ist denn hier? Ich bin aus der Kurve geflogen! Oh, Juli! Das wird nicht... Ah! Ich bin grad gegen Dezla gefangen! Kein Problem! Ja, Maxi! Ich hab dir beim Bremsen mal geholfen! Schön mittig fahren! Schön mittig jetzt! Hier gehen wir mit rechts fahren! Ja, Juli! Das war gut! Mitte jetzt! Hier muss man rechts fahren! Oh! Juli! Boah, ey! I only had one job! Was ist das denn hier? Oh Gott! Boah! Da ist ein Schild, Alter! Das bremst dich, ja! Voll unangenehm, gell? Oh, Alex! Ich hab extra Platz gemacht! Ah! Ah! Ich bin am Schild hängen geblieben! Oh, shit! Oh, Hotter! 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 Jetzt bin ich fertig! Oh, doch! Oh, Gott! Oh, shit! Konran, jetzt mach keinen Biss! Oh, Gott! Es ist alles gegeben! Warum setzt du denn nicht einfach zurück? Ich hättest doch noch easy geschafft! Ja! Und alle acht Leute, die da hinter dir waren, geblockt! Was ist das? So viele waren gar nicht hinter mir! Oh, jetzt hat jemand geknutscht! Moin, Liquid! Acht bitte Fehler, dann komm ich vorbei! Jawoll! Jawoll! Ja! Das ist schön da, ihr beiden! Ich glaub, ich muss tatsächlich... ...nö, zurückziehen! Love Story! Geht's geil! Ah, schlecht! Ja, ne? Nein, 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 nein! Nö, nicht wunderbar! Mario, ihr meint, ihr müsst denn da jetzt irgendwie... ...rankommen, Leck! Oh, komm, Leck! Ich komm, rechts vorbei! Den muss ich einholen, du! Bremsen jetzt, das ist ne scheiß Kurve! Ja, dann warte mal ein bisschen länger! Ah, ne! Der Raudi ist hinter mir! Der Raudi ist hinter mir, Leute! Das ist auch lang, ja! Audi? Ja, da, du! Alter! Raudi! Dreh mich, Alter! Lass mich liegen! Dreh mich doch, Alter! Oh, shit! Oh, nein! Da ist wieder Botter! Wieso macht man eigentlich Leitplanken in den Kurven immer so, dass sie so ein Stück abstehen, dass man da vollständig wäre? Ja! Und du raffst kurz ran wieder! Was soll das denn? Ja! Das hat nicht gewollt, Kunter! Ja! Eindeutig gesehen! Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Nur weil du Kunter da auch gehst? Was ist das für ein Witz? Alter, ich war grad doppelt so schnell wie du! Du hast halt den doppelten Bunt! Das war mega krass! Alex, komm, hol den Windschatten! Keine Ahnung, woher der kam, ey! Und fahr! Ich bin voll ab! Ich fahr jetzt wieder hier vorbei! Aber nicht auch nur ein bisschen! Das ist ja richtig krass! Und jetzt frest du dich! Nein, nein! Oder jetzt! Warte, warte! Jetzt! Nein, nein! Alles gut! Oh, 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 oh! Gut! Ich hab mich dran erinnert an die Kurve! Oh Gott, da sind die schon! Was soll ich da sagen? Was? Ich hab mich gefangen! Nö, ich hab dich gerettet! Jemanden den Abgrund schmeißen und dann rauszuziehen und es nicht retten! Weiterfahren, Maru! Bitte! Wenn ihr? Wir müssen zusammenarbeiten! Wir müssen irgendwie vorkommen! Das ist ja kacke! Ich will hier keinen Windschatten haben eigentlich! Oh Gott, was sagst du für eine Kurve? LOL! Wer ist zweiter? Oh, was? Warte auf dich, Joni! Freil dich! Das war... Hast du gesehen, Nils? Wo bist? Das war super ärgerlich! Du musst wieder auf die Ecke! Oh nein, nein, nein! Ja, ich bin noch im weißen Tunnel! Ich hab gedacht, ich könnte da geradeaus weiterfahren von dieser weißen Rampe runter, aber... Ich bin klar! Ich fahr mit Karacho! Aber fahr! Die führt unter die Bahn! Das ist gut! Egal, sie sind eben der Euro, oder? Okay, zwei! Oh, Mann! Ist ne lange Strecke! Die Checkpoints sind so dicht zusammen, da wird man schon einen von treffen! Nee! Na, irgendeiner baut jetzt eh nen Unfall wieder da vorne! Na, jetzt sind alle gesplittet! Jetzt wird da nicht so viel passieren! Die zweite Runde ist immer ein bisschen langsamer! Komm, schau auf! Ich hab auch alleine Unfall hinzubauen! Also, das ist ja schon hin! Die Frage ist, warum sollte er als zwei Personen zählen! Damit sie alle hier runterfallen! Oh, ja! Wuhuu! Alles klar, Manus! Alles klar, Manus! Alles klar, Manus! Alles klar, Manus! Geht's on, Jürgen! Komm, war nur ein kleiner Remse! Ja, ja! Ein paar kleine Remse haben schon schon ein paar Mal bekommen! Ich glaub, ich komm nicht mehr vorbei! Alles klar! Liquid! Ich brauch zu sagen! Ohne Scheiß! Zusammen können wir eins und zwei noch kriegen! Fünf Minuten! Ja, und? Das war mir egal! Na dann! Zusammen wollt ihr eins und zwei noch kriegen, ey! Aber nur wenn ihr gleich wieder den Cheatbooster kommt! Alter, so dir! Sagt er! Den hol ich mir jetzt erstmal wieder, um den Manus wegzumachen! In Ruhe! Rosebutt reingeben! Tschüss, Maro! Maro ist extrudiert! Komm an! Oh nein! Nein! Ich komm an Manus ran, äh! Ich nähere mich wieder! Wie ist dieses Scheiß Kofi hier? Jetzt gar nichts mehr los bei mir! Dann halt doch mal an! Nee! Komm nach vorne! Ich warte! Wo bist du? Ganz langsam! Äh, sechs! Ich warte langsam! Oh Scheiße! Ja, wo... Was ist das hier? Juli, wo bleibst du? Ich bin jetzt wieder beim Schild! Ich kann nicht nur langsam fahren! Hahaha! Das ist geil! Der Quest macht schon... Linkwirt, wie kriegen wir den? Ich schärf's lieber! Ich hol den ein! Ich bin immer näher ran! Okay, und was machst du damit ich den einen hole? Ich hau ihn raus! Der wartet dann auf dich! Du solltest ja scheiß Linkwirt! Du Spassi! Ich bin genau... Hahaha! Warum bin ich denn... Warum bin ich denn hinter dir? Du hast mich vorhin rausgebrochen! Nimm mir die kleinere Box, Alter! Linkwirt, ich bin genau hinter dir! Ja, ich hab hier... Ich hab den Boost-Hack! Ich hab den Boost-Hack! Oh oh! Boah, ihr kommt wieder wahrscheinlich dadurch ran! Ich komm langsam an den Manus! Ja, so ein bisschen an Manus vorbei! Hier, ich hab den Boost-Hack, Alter! Ach, du kannst mal schön in meine Schnunzelbrunzeln, Junge! Schnunzelbrunzeln! Ich weiß nicht, was das heißt, aber das kannst du vergessen! Ich bin da auf Deutsch! Mach mal! Ne, lass gut sein! Reime-Meister! Ach, jetzt fahren die da aber auch ein solides Rennen, ey! Schlunzel? Na, jetzt ist echt over-god alles! Ihr fahrt alle davon aus! Alle ballert der Liquid-Leg, ne? Aber bei Manus, da war... Das ist der Solidaritätszuschlag bei Manus! Ne, ist das Alter! So war das! Also wenn hier einer keinen Solidaritätszuschlag hat, dann bin ich das! Das ist das Alter! Guck mal, Craps sieht man sich einfach nicht! Oh, kein einziger Fehler haben wir hier gerade! Oh, ne, knüchbar! Was, ihr seid schon wieder fertig, ey! Was ist denn los? Ist doch cool! Jetzt schon! Ich hab auch Julie gewonnen! Nein! Nein! Ach, bist du da rausgeflogen! Komm schon! Oh nein, da kommen sie! Da kommt sie! Nee, du bist safe! Du bist safe! Oh Gott! Oh! Nein! Wo bist du denn jetzt, Julie? Jetzt verliere ich meine Plätze! Hat nicht gereicht, Liquid! An der Küste! Ne! An der Nordsee! Ich fahr nach oben! Mit 1000 Boostern! Aber ich hatte bei Nils wirklich so einen ganz komischen Bug! Ich hab bei dem Boost irgendwie zweimal Boost bekommen! Ich hab den so schnell auf diese einen langen Geraden aufgeholt! Da war nicht mehr drin! Da war echt nicht mehr drin! Da war echt nicht mehr drin! Das Rennen war scheiße! Der dritte? Weiß gar nicht! Richtig scheiße! Mach einen schönen Looping jetzt, Julie! Vier hoch! Looping? Oh nein! Was? Du hast dann verkrassert! Ich wollte es anders angehen! Das hat man gesehen, dass du es anders angehen wolltest! Ich fahr da immer einen Slalom, okay? Und das funktioniert auch immer! Slalom wäre gut gewesen, ja! Ein Paar ist zu Ende! Wir hätten die Einladung gemacht! Danke, tschüss! Macht's gut, Leute! Tschüss! Raus! Tschüss!